Wo wollen wir raus? Mir egal. Mach du heute mal die Ansagen. Sollen wir eine Challenge machen? Ich sage einfach nur jetzt und dann müsst ihr alle rausspringen. Jetzt! Komm, ich gehe in Retail Row. Ja, ich war mir klar, dass das kommt. Aber da hätten wir viel früher für abspringen müssen. Hey, aber diesmal ist hier, glaube ich, sind hier welche, ne? Naja, doch. Wo? Ja, da kommen gerade ein Bratzen geflogen. Ja, die gehen was weiter hinten. Kann das sein, dass der Server wieder leckt? Ja. Ja, das ist, glaube ich, auch Spritzbeutel. Da kommt einer, da kommt einer, da kommt einer zu dir. Der ist drin bei dir im Dings. Dass Kevin im Einhorn-Pyjama schläft. Hast du keine Waffe, Basti? Ne, 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 ich habe keine Waffe. Sonst hätte ich dir geholfen. Wo ist der denn? Da im Haus, ganz links, also auf der anderen Seite die Häuser, da sind die beiden drinne. Ich habe keine Munition mehr. Oh Gott. Alter, ist leck. Oh, von rechts kommt auch mal einer. Alter, ist, ich stucke. Ein, ein lag, der Server. Ja, es leckt richtig hart gerade. Alter, was ist denn los mit diesem Spiel im Moment? Leckt das bei euch auch so hart? Ja, ich bin hier am laggen, richtig heftig. Fuck, ich bin in der Fall gelaufen. Hey, what the fuck. Oh, ich werde von hinten angehittet, du müsstest mich zubauen. Kann ich hier nicht. Doch, jetzt nicht. Oh, oh, oh. Geh rein, ich geh rein. Junge, ich... Kevin... Wer hat sogar zurückgebackt. Ja, ich auch. Gut, Kevin. Alter, ich back hier übelzart rum. Alter, das... Hallo, nimm doch das First Aid-Kit, Mann. Warte, was denn? Wo bist du, Horni? Da. Ach, du bist noch am Leben. Junge. Absoluter Krampf hier. Also, so macht das echt keinen Spaß. Bei aller Liebe. Hier ist draußen eine Sniper, eine lila, ne, ne? Hm. So ist es, wenn ein Spiel gehypt wird und die Server platzen. Ja, da müssen sie auf jeden Fall nochmal ein bisschen nachlegen. Mal ganz ehrlich, ich denke nicht, dass das so lange bleiben wird mit den Lecks. Die werden da relativ schnell jetzt was machen. Ich glaube, wir sollten lieber erst mal gucken, dass wir reinlaufen, oder? Hier oben sind noch kleine Schildtränke. Kannst du mir die mitnehmen, oder hast du keinen Platz mehr? Läufst du auf dem Dach? Nein, ich bin hier unten am Laufen. Leider direkt tot? Naja. Wo sind die Schildtränke? Bei mir. Hast nur einer, ne? Die Zone ist nicht so weit weg. Das sollten wir schaffen. Der Korte, keine Ahnung. Also wie das bei den Jungs aussieht, heute ist schon wieder Freitag. Ich habe keinen Bock wieder auf den letzten Brücken. Gucken was dort sagt. Also wenn sie morgen wieder Mario Kart aufnehmen wollen, dann bin ich definitiv. ach so und heute sagen heute abend so dann würde ich noch mal das film unterbrechen ja aber morgen nicht wohl Keine Ressource Küsse aus Süden gehört Auf geht's Kevin, mach mal was Keine Ressource 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 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Oh, das wird wahrscheinlich wieder Endzone Tilted Tower Ja genau, das denke ich auch, dass der ein Spieler auch im besten Wo genau Oh, ganz hinten Ah, ich sehe ihn auch, der läuft da rein Beispiele Da hinten links baut sich auch jemand hoch auf, SW Ja Das sind am Berg jetzt, die gehen alle Richtungen Oh, das ist ein Theater Oh Das war's für heute. Ich schon höre, dass da wieder ein Sniper ist, ey. Oh nein, jetzt bin ich runtergekommen. So, einer ist über die Rampe an Wee langgegangen, auf dem Berg. Hinter uns, hinter uns! Ah, wo genau? Krass, Kevin. Genau, hinter uns. Die sind, glaube ich, weiter runtergegangen, weil die Zone gleich auch kommen wird. Iceman, moin! Wo sind die hingegangen? Jungs, ich bin kurz 15 bis 20 Minuten weg, ich bin kurz beim Friseur. Ist klar, Kevin. Ist er? Äh, Kevin sei schon, äh, lucky. Falls, wegen Pursch und Sonder. Wo sind die denn jetzt hin von hinten? Keine Ahnung. Die schießen aber auch nicht mehr. Nee. Ich würde nur sagen, dass wir auf jeden Fall gleich gucken sollten, Rony, dass wir die Position wechseln. Weil wir sind schon wieder in der Mitte. Wir werden es gleich von überall wieder abkriegen. Aber mir wird schon passen. Äh, Richtung Süden. Süden. Und wo genau auf den Berg? Ich habe ihn ausgenockt. Ich habe ihn ausgenockt. Ich habe ihn ausgenockt. photographers. Ja. Rechts von uns sind auch noch welche, die schießen. Könnt man inim Edgemann? hinter uns schießen die auch wieder glaube ich ich habe da immer fliegen sehen diese snapper wie du es nebst du noch brauchst du wir sind absolut im center ich sag ja wir hätten die positionen vielleicht eher wechseln sollen wahrscheinlich hat sieht er mich also wir könnten jetzt hier nach hinten hin raus noch durch die tür gehst du ich hab halt nichts mehr zum heilen brauchst du bandagen die bauen sich da oben zu sollen wir die da oben pushen erstmal haben wir keinen mehr hinter uns okay soll ich schon mal hoch pushen warum welche mit dem jump pad ich bleib bei dir ja lass uns hochpischen oder oder der eine ist runter dann werde ich jetzt über deinen weg kommen die wollen unten den du da unten baut sich einer metallbase ein unten links direkt sollen wir runter pushen wo direkt unten unter uns kommt runter komm mit mir kommt go 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 hast du raketen kevin warte warte lasst uns erstmal hier in deckung gehen irgendwo da baut jemand glaube ich ja da hinten holzding die bauen sich vor uns auf direkt in der hier liegt noch eine linie an das gabel du eine brauchst direkt hier vorne die wollen snipern glaube ich so wie es aussieht da wird einer zum airdrop der eine ist oben in den turm ich würde sagen schießt den turm unten weg kommt so Ja, einer ist tot, noch einer, ja, wir haben gewonnen, ja man, so muss das sein, alter Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.